Frankfurt am Main, Rebecca Mir, 32, erschien bei der Bambi-Verleihung vergangene Woche in einem atemberaubenden Kleid. Auf Instagram verriet sie nun, was ihr Sohn von ihrem Outfit hielt. Mit einem eisblauen Dress präsentierte sich Rebecca Mir im Rahmen der Bambi Awards zuletzt auf dem roten Teppich in München. Wer sich in der Disney-Welt ein wenig auskennt, denkt beim Anblick jenes Kleides wohl unmittelbar an die frühere Prinzessinnen-Geschichte von Cinderella. In einem späteren Instagram-Post zeigt sich Rebecca Mir nochmals in mehreren Posen in ihrem eng anliegenden Cinderella-Kleid, das auch ziemlich genau dem Farbton des damaligen Films entspricht. Doch ihr mittlerweile dreijähriger Sohn hatte bei der Erscheinung seiner Model-Mama eine ganz andere, wenngleich ebenso süße Assoziation. Wie sie auf Instagram schrieb, habe der Kleine gesagt, dass seine Mami aussehe wie Eiskönigin Elsa aus der Disney-Reihe froßen. Schönstes Kompliment, oder? Schrieb die 32-Jährige dazu und damit liegt sie auf jeden Fall richtig. Ihre Fans und Follower flippten aufgrund der hochgeladenen Fotos ebenfalls kollektiv aus. Ein Wunderschön oder Traumhaft jagte in der Kommentarspalte das nächste Kompliment hinsichtlich des wahrhaft spektakulären Gewandes.